Die hören uns nicht, ne? Die sehen uns nur. Und hören uns nicht. Das ist mir ganz wichtig. Geil. Jetzt freu ich mich wieder drauf, André. Achso, Steven. Wenn du dachtest, dass ich überaktiv bin, ne? Dann musst du mal André kennenlernen. Also, Bossel. Haha. Ne, ist klar. Ne, ist klar. Wenn die anderen Headset an hätten, hätten, oh, dann wirst du alles zusammenschreien. Hm, kannst du dich immer alle auseinandernehmen. Hahaha. Und vor allen Dingen hat er ein High-End-Level. Und der wird dann noch bezeichnet als Cheater, weil er dort sechs Jahre lang oder sieben Jahre lang spielt das Spiel. Och, doll. Und jetzt, du... Und jetzt, du... Steven. Ne, in GTA. Ja, geht ihr... ja. 1850. Ja, und dadurch, dass ich ja Steven hab, äh, hatte ich ein Promo-Key gekriegt, fürs Lightfall-DLC und für Techton-DLC. Da bin ich dir heute noch, heute noch dank Passiven, alter. Ja, das ist halt, ne? Geldverlust. Guck dir das an, alter, was wir früher... Äh, wenn du einkaufen gehst, wir haben früher, äh, 25 Euro bezahlt, jetzt bist du bei 50. Oder wenn du Wochen einer Einkauf hast mit Familie, 45 Euro reicht gar nicht mehr aus, bis über 100. So. Ja, kein vollen. Dito. Ja. Die Senden sind vorbei. Wie gesagt, ich denk, dass man auf Twitch nur mich hört. Ich bin auf Twitch gerade live. Ja, moin moin, Jungs. Dann haben wir mal wieder aktiv heute hier. Wie ich sag mal, die beste... die beste Krankheit auch nix. Okay, ihr Rebellen. Wollt ihr sehen, wie ihr in der Hand kämpft? Wollt ihr sehen, wie ihr in der Hand kämpft? Wäcks auf dem Feld. Oh. Ah, ich hab... Mh... Kring den. Ja, Mann, dann hast du mal dabei. Oh, die Krone, Digga, Alter. Geil. So, du bist derjenige, der zu uns gehört. Hahaha. So, auf geht der. In die Bank. Ich geh über links. Alles klar. Juhu. Was ist denn mit dir denn? Hast du einen Fasching oder was? Feinde nähern sich bei der Steppe. Na, das läuft auch wie ein... Spitzkatze. Oh, was... Ey, Partikel einsammeln, Jungs, Mann. Können wir nicht erst rumliegen lassen. Wie, Alter, wo willst du denn hin? Haha. Du bist bestimmt wieder weiter raus, ne? Alter. Alter. Lass uns doch auch mal was übrig machen. Ganz ehrlich, der ist mir hier gleich hin und machen mit ne Mische, Alter. Hahaha. So, ich bin da. Alles klar. Und die fette Fassung. Entschuldigung. Ich wollte grad sagen, wir dürfen ja nicht so, ne? Achso, bitte keine Beleidigung. Wenn der Mann hört mich übertürzt, nicht euch. Haha. Ihr Pfotzen! Warte! Jetzt komm ich! Kachala! Was ist denn mit dir, Junge? So, haben wir. Was? Auch nicht! Weg damit! Und dann wollen wir den mal richtig eh gern, wa? Ich hole... Was? Du verlierst Partikel! Wo ist der Bitch? Die Jocker müssen verschwinden, Schwester! Wo ist der Vogel? Seht ihr ihn einer? Wo ist der Gegner? Ich seh ihn nicht. Scheiße. Wo war? Oh nein! Da kommt er von hinten, alter! Ich glaub ich nicht. Danke! Ich muss Waffen wechseln. Das bringt nix. Warte, 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 warte. Das gegnerische Thema hat ein Uhrzeitler. Wenn er eliminiert ist, gewinnen sie. Das Portal ist bereit. Ich starte ihnen einen Besucher. Scheiß aus Gegner-Team. Lass uns Punkte sammeln. Was will, ich bin hinter dir? Wir müssen dich unbedingt holen. Wir werden sich bei der Steppe. Jawoll. So, und gleich abgeben. Jawoll. Schwere Munition, schwere Munition. Habe ich die Guillotine mit? Ja. Steven, du schnaubst ganz schön in den Zzeit. Das Portal ist bereit. Dein Teammitglied ist der Eindringling. Ja, dann hol sie weg, alter. Bremst sie, alter. Wir gehen nach oben und holen Punkte. So, Jungs. Der Eindringling wurde platt gemacht. Lasst mich, lasst mich. Ihr sammelt nur einen. Ich rast mal ein bisschen aus. Der Eindringling wurde platt gemacht. Der Eindringling wurde platt gemacht. Einsammeln, abgeben und den... Ja, das drehen wir noch, alter. So, Partikel abgeben. Und dann haben wir den Urzeiter. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Hör rüber. Hör rüber. Hol dir die Ficker. So, wir sind los, alter. Oh nein, scheiße. Ein Teammitglied geht als Eindringling auf andere Seite. Fuck. Nächste Runde haben wir. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Gehört uns. Erste Runde ist zum Einspielen. Würde ich sagen. Hier, du kriegst mal ein bisschen Belobigung. Also, äh, ganz links ist mein Kollege, äh, Steven. Dann kommst du. Und ich bin der Dritte. Und der andere, komische Kaspar hier, äh, wie... Ja, das ist halt derjenige, der uns, äh, äh, hinzugeworfen wurde. Du, alles gut. Ich hab das auch mal. Hahaha. Frag mir nochmal wegen deinem Laptop, mein Freund, ihr Sonnejunge. Äh, dann komm her. Hahaha. Ihr habt ja auch lieb. Danke nochmal wegen deinem Reparations-Set, ne? Achso, Ferge hab ich noch ausgebaut auf dem Weg nach Hause, ne? Die liegt hier oben. Du, ich werd irgendwas im Mantel haben. Da... Ich hab ein Pegasus, äh, ich hab ein Pegasus-Beckenbike. Ne, ne, ne. Das Felgenband ist, äh, da ist alles in Ordnung. Naja, du weißt, Vorsorge ist besser als Nachsorge, wie mit dem Laptop. Steven, Servat. Steven? Ich sag Servat. Ich sag Servat, bist du ruhig? Achso, Schild. Hahaha. Wie gesagt, Steven hat auch Sport. Er hat auch ein gutes Level von der Körperstruktur her, André, ohne Witz. Also André ist Bossel, ne Steven? Einer meiner, wie gesagt, man sieht sich selten, aber wenn man sich sieht, ist das umso schöner, weißt du? Ja, nein, aber man ist immer für jemanden da, so, gerade jetzt, wegen meiner Krankheit, weißt du? Das hat er heute Abend erst erfahren, wo ich bei ihm gewesen bin, und, ja. Ja, ich weiß. Arbeit ist halt Arbeit, ne? Hat Steven, hat Steven, hat Steven, hat Steven, Steven hat mir dafür auch schon im Arsch getreten, ohne Witz, Mann. Ja, auf gar keinen Fall. Ich habe 500 Milligramm Nuphamin hier. Also wenn ich will, kann ich mir wegschießen. Aber auf gar keinen Fall. Ne, ist nicht. Das Leben geht weiter. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Jetzt, wie gesagt, man hört nur mich auf Twitch, nicht euch. Denke ich doch. Also müsste, wenn ich jetzt auf Twitch gehe, sollte man dich jetzt hören. Warte, ich starte mal. Ja, dann muss ich das Video, den Twitch-Stream, auf jeden Fall, FSK18 machen. So ein Scheiß unterhalten. Ist ja lang. Wie sagt man? So, sag mal einer was? Wie sagt man? Sag mal einer was? Man hört nur mich. Man hört euch nicht. Man hört nur mich. Ähm, das hat was mit der Audio-Einstellung zu tun. Da machen wir ein Herr gleich in der Lobby. Ich weiß, wie das funktioniert. Oh, wächst. Geil. Yo. Ja, diesem hab ich aber lauter Würfel dabei. Könnten wir die Stromversorgung der Stadt verdienen? Ich mein ja nicht. Wer haben wir denn als dritten Mann hier? Wer bist du denn? Ein Titan. Okay, gut festhalten. So, wir sind zu dritt. Auf geht er. Jagd ein paar Feinde, Schwester. Äh. Wir zücken in die Bank. Lass uns zusammenlaufen. Barswell, ich bin hinter dir. Mhm. Digga, wo schwebt er denn hin, Junge? Juhu. Barswell. Bist du nur für den Kasper, alle? bei den ihren sich bei der steppe geht ihr einsam mit mir drum so ich habe zehn partikel hat einer fünf dann machen wir gleich ja geil das abgeben maul ob ich kaputt hallo krimi gewählt man nachlangen hat da mir eingefroren mutter das fünfer fehlt noch ja man ha 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 schönes Ding ich bin mal so frei ne ja wir kümmern uns gerade um den rest hier ich habe neun partikel ich brauche noch ein ja sauber ich brauche noch ein nicht abgeben ja egal was abgeben okay guckte mal an die werden runter gezählt hallo ach so ich mach mal er hat sie hat genug für einen uhrzeitler das hochrangige ziel wurde erwischt und vernichtet wieder gefallen ihr habt einen uhrzeitler heraufgeschwürzt Endboss Time Geil Leute Oh wo ist der Pisser Komm ich sehe nicht ich sehe nicht ich sehe nicht wo ist er wo ist er wo ist er der Eindringling wurde erwischt weiter geht die Jagd Geil Geil mit mir Geil mit mir wo ist er aber du hast ihn ja jetzt müssen wir andere nicht auf den Endboss auf die Hexen ich hole ich hole ich mach der Eindringling ist hier passt auf ja der soll mal herkommen Junge ich bin super bereit kleine Bitch Schnitsch wo ist die Schnitsch wo ist er Armin? Jo ne der soll noch da man ich sehe ihn auch nicht der ist bestimmt oben irgendwo ich hin das gegnerische Team hat ein uhrzeitler ihr müsst zuerst fertig werden in Führung der Eindringer in der Umfeld will achso alles klar bis da wir haben einen Schuttstück gezogen ah die Hexen man pass bloß auf da ist ein Einbringling im Anmarsch ein Verbündeter macht sich zur anderen Seite auf Peter gefallen ja ich habe ihn gesehen ich sehe ihn ich sehe ihn nicht ich habe ihn komm her du Schnitsch ey euer Verbündeter ist erwischt worden was scheiße er hat mich weggefickt genauer oben und dich auch wir ja die wollen uns weg her nennen was gehört der Eindringling ist weg vom Feld ja die wollen uns ein bisschen wegficken wie gesagt umso mehr Leute ins Gegenteil rüber kommen umso öfter die uns kehlen umso öfters müssen wir neu anfangen mit dem Endboss ganz ehrlich Jungs lasst uns alle unsere super aufladen und dann gehen wir auf den Endboss zu dritt und dann habe ich keine Chance gesandte sind gelandet macht den großen den Garaus haltet eure super bereit haltet die zurück die machen wir zusammen ich muss auch so da kommt er wieder so ist ein Einbringling im Anmarsch ein Verbündeter Scheiß auf den Endboss er ist bei mir ich habe noch einen Schuss abgekriegt ich muss mich ja 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 da will uns wegficken weil jedes mal wenn wir alle drei gleichzeitig drauf gehen äh müssen wir den Endboss Kampf neu anfangen deswegen ähm super voll laden mein Schwert ist auch fast voll und dann machen wir zu sein Endboss heim so wie gesagt schön die super ähm rückkant halten da habe ich dir von André was zu erzählt ich habe Solar und du hast was kriegen wir hin so jetzt können wir so und dann kommt er wieder los so und jetzt bleiben wir zu dritt wo ist der Penis wo ist er 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 und dann molto nicht Ja, ist klar. Am Arsch, Junge. Da wird mir noch was einfallen. Komm schon, den kriegen wir noch. Ach. Ja, aber, ey. Wie gesagt, wenn jedes Mal jemand aus dem anderen Gegner-Team rüberkommt und uns versucht, ähm, ein bisschen... Wer bist du eigentlich? Ah, Al? Alles klar, Ali. Hier, hast du. Ach, komm, Mann. Der hält uns ja, Mann. Dann gib ihm auch mal ein bisschen Wertanschätzung. Brauche auch ein bisschen zu leveln, Mann. Wir sind ja nicht unfreundlich. Hm. Wie das freundlich. Äh, ey, 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 ey. Stopp mal, die Lobby. Jo, alles klar. Top. Ne, ne, ne. Das ist ein Fehler von Destiny. So, jetzt warten wir kurz. Und dann suchen wir uns eine neue Lobby. War, ey, ey, was war mit den Typen denn los? Und das ist das bei Gamepad, ähm, was einem richtig böse werden kann. Wenn jedes Mal einer rüberkommt und du den nicht gehamstert kriegst, der kann die ganze Lobby zerficken. oder nicht, Steven? Arschloch. Das hab ich, das hab ich vorhin schon zu, äh, zu mir gesagt, weißt? Alter, was ist denn mit euch los, Mann? Ja. Hm. R- 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 Red nochmal von, gell, von deinem GTA-Level-Junger und den, äh, ne? Ja, ne, ist klar. Hm, hm. So. Ich muss hier nochmal ein bisschen was verändern. So, wir können. André, hast du schon mal Hexen-Kessel gezockt? Äh, Online-PVP. Ah, da bist du so... Macht Spaß, glaub' mir. Naja, lass das Gamebill machen. Lass mein Gamebill... Gamebill bleiben. Wir haben... Achso, äh, 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 äh. Wie gesagt, André, ähm... Steven schickt dir nachher mal eine Einladung nur wegen Clan-Anfrage. Dann kommst du bei uns... Ach, du bist selber im Clan? Alles klar, okay. Okay, 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 okay. Also, äh... Wie sagt man, Steven? The Task Force is the number one Wie war das jetzt hier? Ha, 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 ha. Nee, kommt schon die Anlage, Junge. Ha, 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 ha. Ey, komm, so ein bisschen Spaß muss sein, André. Ha, 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 ha. Oh, 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 ja. Na, ey, jetzt hab ich die Zeit. Weiß ich auch, woher der Nicht-Level kommt. Das bestimmt mit deinen GTA-Jungs, ne, oder wat, André? Okay. Ha, 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 ha. Wir büsten da rangekommen, Alter. Wir büsten da rangekommen. Ja, wie gesagt, mit sieben hab ich mich auch gut unterhalten. Ist auch eine spontane Aktion gewesen. So, ähm, ich hab so'n Shotgun dabei. Hm, kann ja schon wieder die Goutini nehmen. Ja, doch, nehm ich. Und dann nehmen wir den... Den siebten Fahrersfäh. Reich mit. Komm schon. Wechs. Wechs. Wechs, Baby. Uuuh. Nix von beiden. Ich hab'n Schwer dabei, Alter. So, eins, zwei, drei. Hallo. Warte. 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 Erledige die Gegner und hol dir die Partikel, dann ab in die Bank damit. Machst du oben, Hala. Hala. Jawoll. Läuft doch. Hahaha. Danke, dass ich auch mal acht Partikel abkrieg, so, ne? Hahaha. So, wir haben doch schon wieder auf der anderen Seite. Ich geh' durch die Mitte. Oh, 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 oh. Die Feinde nähern sich der Kommando-Zentrale. Äh, Steven, wie viele Partikel hast du? Okay, André, wie viele hast du? Alle drei abgeben. Dann machen wir ihn mal richtig fertig, Junge. Und ein Dribbelbroker, oder? Komm schon. Ja, Mann, da ist die drei, Alter. Hahaha. Sauber. Äh, okay. Alles gut, André, ich bin beide. Ich krieg dich. Ich hole dich. Hab' gerade so ein bisschen zu tun. Bin beide, ich komm, ich bin... Ich hab' aber deine Partikel. Alles gut. Ihr verliert Partikel. Ey, die ficken uns jetzt weg. Was ist denn hier los, alle? Freunde sind beim Kraftgang im Anmarsch. Oh, wir müssen uns um den anderen Typen. Ja, ich bin da. Scheiße, er kommt von hinten. Von hinten. Hinten links. Boss will pass auf, er hat uns beide weggeballert. Er läuft jetzt Richtung Mitte, Boss will. Der Eindringling ist raus. Nächstes Mal erwischst du ihn. Oh, wir müssen die Lobby klären, Alter. Macht ihr Partikel, ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Ich mach' das. Sammelt ihr Partikel. Das hochrangige Ziel wurde erwischt und vernichtet. Sammelt ihr Partikel, ich, ich mach' das. Haben wir immer noch diese Scheiß Lobby gefickt, Alter. Sind die Behinderte da, oder was? Jajaja, ich weiß. Ich muss kurz die schwere Munition ansammeln. Ich sehe, ich hab' ihn auch. Sie haben dich. Bäm, ich hab' ihn. Du hast es ihnen gezeigt. Wo bist du? Wo bist du André? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, Mann. Und seine Partikel, okay, Claudio. Oh, die sind schon mal 95. Wenn ihr super bereit bin, gehe ich rüber. Hast du gehört? Hab' dir gehört? Ich mach' nur noch. Wer hat eine Hüfte rüber? Wenn ein Portal offen ist, dann haut die weg. Der Gegner hat einen Uhrzeitler heraufbeschworen. Wenn er ihn erledigt, gewinnt er. Das Portal steht. Mach' sie fertig. André, wir müssen Partikel sammeln. Wir müssen uns in die Hexen klären. Brauchen noch ein bisschen. Lass' uns zusammenlaufen, ich bin hinter dir. Nicht alleine. Ich bin hinter dir. Von oben. Den mach' ich klar. Hab' ich. Den hab' ich auch. Zack. Oh. Feinde nähern sich dem Regen. Euer Verbündeter ist mit drei Kills zurück. Schöne einsammeln. Wie viel darfst du? Ja, gib' ab! André! André! Abgeben! 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 Rein! 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 Ich hab' fünf! Oh! Die kriegen die, die kriegen den großen und kleinen. Das Portal steht! Nach sich fertig! Kleiner Block! Jawoll! Du Blöbel, Alter! So, Jungs! Ich mach' mal klar! Hallo! So! So, sollen wir geklärt haben, würde ich sagen. Freunde nähern sich der Kommandozentrale! Passt! Geht zur Bank und holt euch einen Uhrzeitler! Abgeben! Schwere Munition ansammeln! Achso, mein Schwert ist übrigens voll, ne? Ne, mein Schwert ist voll! Für den Endboss! Ich kümmere mich jetzt um die kleinen Penisse! Ein Verbündeter macht sich zur anderen Seite auf! Oh, André, Alter! Das war zu früh! Das war zu früh, André! Das war zu früh! Das war zu früh! Das hätte sie aufheben müssen! Weil erst müssen wir die Hexen hier töten! Ein Eindringling ist hier! Passt auf! Gesandte kaputt! Jetzt macht den Uhrzeitler an! Euer Eindringling ist zurück und kann einen Kill vorweisen! Wo ist die Kanacke? Scheiße! Oh, ey! Ein Warlock! Pass auf! Sieben, Alter! Der Eindringling ist weg vom Feld! Du liegst in Führung! So ne Snitch, Alter! Scheiße! Auf Endbrauchscreme trotzdem noch! Komm, 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 komm! Ich bin da, ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Du hast die Geiste blocken, du kleine Pinale! Was denn, Mann? Was ist denn los mit sich? Egal! Nicht wiederbeleben! Ich komme rein! Oh, okay! Alles klar! Ich ziehe! Ich ziehe! Hallo! Hahaha! Finde ihn bevor er dich findet! Ich seh nicht! Scheiße! Unden oder? Ja, wohl, sauber! So, wir müssen rüber zu hexen! Ich glaube wir reden so viel, der andere ist abgehauen, Alter. Wir sind nur noch zu dritt. Die glaube ich ficken wir trotzdem zu dritt, Alter. Auch wenn der andere raus ist. Dein Teammitglied geht als Eindringling auf die andere Seite. Oh, ich brauche irgendeinen kleinen Penis, Alter. Ich muss irgendwas... Da ist er doch. Euer Verbündeter wurde eliminiert. Aber drei Gegner sind mit ihm untergegangen. Wir verlieren trotzdem. Ne, wir gewinnen. Mir geht die Munition aus. Ich muss irgendwas punten, Alter. Ich krieg keine schwere Mumpe. Da ist schwere Munition. Komm schon, komm schon. Da ist er doch. Ah, da kommt er wieder. Alles gut, habe ich hier auch. Ja, habe ich hier auch. Solarfokus. Solargear. Ja, habe ich auch. Ja, komm rein hier du. Komm, 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 komm. Trau dich du Fotze, Junge. Komm, komm, jetzt, Baba. Sauber. Nein, ich brauche... Eine kleine Kugel, Mann. Eine kleine Kugel. Ich brauche eine Sphäre. Ich brauche eine Sphäre, bin ich super bereit. Der Uhrzeit ersegnet bald das Zeitliche. Vernichte ihn und sichere dir dieses Geld. Ja, Mann. Wir haben's. Wir müssen hier schlussieren. Nein. Das gegnerische Team hat ihren Uhrzeit eingeschmolzen. Kicken wir gegen. Komm schon. Nein. Wie knapp war das denn, Mann? Ja, wir sind zu dritt gewesen, Mann. Ich bin gerade super bereit gewesen, ey. Der hat nur... Millimeter... Millimeter gefehlt, Alter. Ach so. Der andere. Ist auch wichtig. Dass wir uns gegenseitig damit bestätigen. Ach, das ist ja ärgerlich, ey. Ich glaube, wir sind so aggressiv gegenüber den anderen Typen, die bei uns in die Lobby reinhüpfen. Die kommen einfach nicht klar mit, so ein Hochdeutsch, Alter. Oh, nee, André, Alter. Das macht wirklich Spaß. Hast du das Geld? Ja. Ja, dann auf jeden Fall. Ja, dann nehm ich mit. Du bist doch Lobbyboss, oder nicht? Zieh uns alle mit. Hä? Wo? Turm. Dann kann ich auch das einige andere noch erledigen. Wie gesagt, Toilette muss ich auch. Kann ich mir nochmal eine Energy aus dem Kühlschrank holen. Fliegen wir erstmal zum Turm. Hast du das bei dir ausgerüstet, André? Ja, machen wir gleich im Turm. Genau. Ich muss selber erstmal hier Aufgaben abgeben. Ah, so, alles klar. Oh. Was soll denn hier los? Wie läuft's? Ah, so, alles klar. Ah, so, alles klar. Ah, so, alles klar. Ich muss noch 15 Partikel hoch. 1801. Na, der werde ich mir aufheben. Das wird ja immer besser mit den Aufgaben. Mach keine dummen Sache. Hören wir noch ein paar Aufgaben mit. 15 Partikel haben wir für des... Äh, beim Gamebet-Typen liegen. Äh, welchen Rang hast du, André? Ich bin Rang 13. Beim Gamebet-Händler. Wir sehen uns auf Europa, Schwester. Hm, Dankeschön. Du hast Lust auf eine Schießerei. Hm, ja, ja, ja. Du stürzt dich ins Gambit. Ja, wollen wir da mal... Äh, was vernünftig ist machen? Als Gambit, oder? Ah ja, ist eine lange Zeit, um auf Eis zu liegen. Nur schade, dass Erremis aufgetaucht ist, oder? So, ich werde mal einen Kuss für kleine Jungs, dann bin ich gleich wieder da. Fünf Minuten. Bis ich mich nicht rosa, da. Ja, ich werde mal einen Kuss für kleine Jungs, dann bin ich wieder da. Ja, ich werde mal einen Kuss für kleine Jungs, dann bin ich wieder da. Wo, wo treibst du die Hennigronen, André? Achter, kommst du... ja klar herausforderung muss ja auch hin ich komme zu dir und keine internen im ton hin und her zwitschen ja das ist aber auch wieder verkehrt getwitscht ich musste der klaren alten da unten bist du ja da wo er ist ja kurz abkommt wo ist denn die klaren alte laufen wir ein bisschen hoch glauben wir auch hoch und da ist er laufen wir hoch ja dann kann man sich wie geht's deinem klaren wie geht's deinem klaren geil gut oh sie alte klaren punkte abgeholt steven an sieben verbesserungskäle siehörter das ist ja mal nett ich glaube wie viele oder was warum kriegt letzter wunsch ja details verdunkelt er mir kann das sein dass wir zusammen weil wir zu dritt in der lobby sind der eine darf das andere nicht haben ja ne weil den weil andré und du haben ja den dungeon key von der hexenkönigin was man den habe ich nicht also bin ich derjenige der es nicht sehen darf auch wieder nett weil ich habe bei meinem kollegen hier bossel geguckt der hat den dungeon key ich nicht ganz ehrlich wie gesagt bin grad auf zwitsch alter ne guck mal rein alle das kommt so gut wenn wir so beide gegenüberstehen du mit deinem katzen gesicht und ich mit mein das kommt so gut ha 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 geil warte mal wie mache ich jetzt bin schon Du leistest da draußen einen richtig guten Job, Devin. Danke für alles. Finde ich auch mehr gut, ne? Wir zwei unterhalten uns jetzt mal. Du leistest da richtig guten Job. Wenn deine Frau sagt zu dir, ne? Wir unterhalten uns heute nochmal, ne? Dann weiß ich, was du für ein Gag gemacht hast. Ja, ein Bettessen. Die Vorhut könnte es spondern und... Nee. André, wir haben einen Besuch. Ja, und dann, ähm... Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, dann muss ich aber kostenlos auf dem Oben schnacken. Warte. Ah, dann bräuchte ich auf jeden Fall Solar. Und den Sieben Taras Fee. Und dann, ähm... Hat der Vogel dich abgelenkt? Nein, hat er nicht. Uhuhuhuhuhu. Alter. Mein John. Komm, gib aller. Mein Solarovolver, ne? Wird jetzt von 1799 auf 1802 hochgepusht. Joi. Joi. Ihren Noten. Ne, Alter, macht's dir Spaß, André. Der Modus. Ohne Wiss. Gefällt dir auch. Du hast einfach gepflegt ausrasten. Kriegen wir hin. Ja, hau mal rein. Machen wir. Das kommt auch gut mit den Nichts, ne? Wenn wir hier beide stehen. Nur noch andere fehlen. Ey, du, naja, komm. Entschuldigung. Äh, ähm... Was will. Da ist er doch. So, und jetzt stellen wir uns hier mal zu dritt hin. Dann hab ich hier für Twitch ein Screenshot. Genau. Die drei heiligen Könige, oder wie war das? Ha, 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 ha. Yes, Baby, Alter. Oh, mit Röckchen. Alter, gib mir das Feuer weg. Die drei heiligen Könige, Mann. Wie sag mal, lass ein Abo da und ein Follower auf Twitch. Ich weiß zu schätzen, was du sagst, Calder. Danke. Der WIWON hat dann einen Account. Ja. Dankeschön, dass... Ey, geil, Mann, Alter, geil. Hahaha. Also, genau das nämlich als Twitch. Mal ein Gift draus. Als Profilbild. Gee, Alter. Und was macht ihr den ganzen Tag? Arbeiten gehen. Wenn wir Wochenende haben. Ja, Mann. So, auf geht ey. Hahaha. Geil, Andrea. Sehr geil, Andrea. Sehr geil. Wie gesagt, ähm... Das will, ähm... The real evil. Man hört nur mich über Twitch. Euch nicht. Ja, Mann. Das müssen wir aber beim nächsten Mal nochmal ändern. Wie sag' ich immer, die Leute dürfen alles essen, aber nicht alles wissen. Hahaha. Ey, ganz ehrlich, weil man das Gameplay nachher sieht, ist ja oft für Schokoladen, ist ja schon 58... 50... Moin, die guten... Gute 50 Minuten haben fast voll. Also, Hexenkessel ist richtig lustig, Andrea. Hast gehört? So schnell kannst du gar nicht gucken, wie der denn super voll ist. Da kannst du richtig, also, äh... Nimm alles... Da kannst du mal richtig ausrasten. Aber macht nur natürlich im Team Spaß. Ich hatte das vorhin mit, ähm... Mit, äh... Steven alleine gespielt. Da dachte ich mir erst mal... Buh... Nach der zweiten Runde hat mir das dann Spaß gemacht. Und nicht 6 gegen 6, sondern 12 gegen 12. Ach so. Wo ich... André. Wo ich mir mal nach Hause gekommen bin, ne? Hab... Ich bin hier am Keller gewesen, hab die Fahrradfelder ausgebaut, ne? Ey, ich hab so schwarze Finger gehabt, durch erstmal schön Hände waschen. Ah... Ich bin nicht so ein Zweiradmechaniker wie du. Da hast du goldene Hände. Ich flieg mein PC. Du fliegst... Ja, aber... Und da hört man schon wieder den Unterschied, weißt? Er ist Zweiradmechaniker, er kümmert sich von deinem Fahrrad und ich bin eher so der PC. Also mein PC und meine Lüfter sind immer sauber, weißt? Ja, weiß ich. Wenn du mein Pegasus... Wenn du mein Pegasus-Bike sehen würdest, würdest du mir einen Arschschritt geben. Ohne Scheiß, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Ohne Kack. Ja, dann fragen wir nochmal wegen Laptop, ja, komm vorbei, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Hahaha. Ich hab die auch lieb. Ich hab die auch lieb. Hahaha. Ich hab die auch lieb. Ich hab die auch lieb. Hahaha. Hahaha. Ich muss mich ja nicht irgendwie bussen. Hä? Habt ihr ein Bild? Äh, dann fliegt schon wieder irgendein Bulli raus, Alter. Alter, äh... Hahaha. Internet abgekackt. Du bist raus aus der Lobby. Auf Ende, Schlacht. So, ist klar, geht los. Ähm... Ja, lass uns zum Team laufen, oder was, ne? Alter... Ah, genau, lass uns im Team laufen. Ohne, wir wollen die schwere Mumbe! Gibt ne! Dein Penis an! HabtIR?! Okay! Boah, F***! Kommt der mit seinem Super doch rein? Wahahaaa... EEE! Reel, ich bin hinter hier! ich bin rechnete ich bin super bereit du auch wie hat den anderen fahrrad level 10 haben wir hier was soll das auch bei mir ja scheiße muss auch machen scheiße wurde eingefrostet man das ist nicht meine lobby ich habe mich mit dem modus noch niemals auseinander gesetzt wir müssen auf jeden fall zu dritt wir müssen zu dritt als team laufen wir dürfen nicht alleine laufen dann verlieren wir naja er kommt schon wieder hier mit seiner kacke wie gesagt ich kenne die map aber so wenn er uns ich schlage alles wahllos reine ich treffe gar kein das für ich kenne die lobby auch nicht also ich kenne die lobby und die map kenne ich auch aber das ist halt für leute die total auf kook sind oder so total überdruck ja dann lass uns ein dungeon machen was gehört oder oder hier ja also geht doch andere bin hinter dir weil ich beschütze ich scheiße dann kommt der nächste ja super ist mit super du bist ja extrem aufgeladen oh nein wo ist das auch nicht wo ist die scheiße mit stelle da ist so ein paar kreisen eine snitch ist eine so genannte die ich muss mich ja mit meinen ausdrücken auf wo ist die scheiße mit schon oben ich bin hinter dir ja fach ja 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 das ist zwar aggressiv wie gesagt ich kenne die karte aber die punkte sind ganz ganz anders so ich bin super bereit so eine snitch ist eine so genannte Hure so der holt mich aus dem super raus mit dem super der feind hat dich besiegt ja mal der modus ist so aggressiv wenn ihr drei beiden koks drauf habt dann geht klar ernsthaft fragt euch ein hoch auf die elite oder was bitteschön die drei goldenen drei hier lasst uns vorher hast du Lust André sag was was brauchst du noch Dämmerung die obere auch noch oh dann aber vorsichtig dann muss ich erst nachgucken naja deswegen ich auch du bist Team Leader hau mal rein die Dämmerung aber nennen den großen den zieht ihr mich mit durch hihihihi ha 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 das sagt ein Schnurrer hier ach so so wir haben uns jetzt entschieden dass wir eine Dämmerung machen dadurch dass man nicht nur hört über Twitch machen wir jetzt eine Dämmerung und meine beiden anderen Kollegen sagten, gerade wird bis zu einem Schnur resommelt. Ja. Wie? Wer wird hier mit durchgezogen? Der berührt auf Gegenseitigkeit. Also. Was haben wir denn hier? Ey, 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 start mal, brech mal ab, Alter. Ich muss Waffen umbauen. Ich bin gesperrt, schön, das ist schon... Das war so schnell. Real, Alter, Mann. Ja, mit, ja, mit gefangen. Alles klar, dann reisen wir rein und wieder zurück. Weil... Ha, 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 ha. Ich hab die auch, liebe Anrede, Alter. Ha, ha, ey, wenn die anderen... Ey, man hört ja nur mich. Man hört nur mich auf Twitch. Ich schick denen her das Gameplay. Ist ja auch live. Ja, so, wir haben uns jetzt entschieden, eine Dämmerung zu machen. So, mein Kollege war aber zu schnell, wegen Waffenauswahl. Und dann... Hm. Ha, 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 ha. Schön, dass irgend... Dass... Keiner was sagt. Ha, 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 ha. Ich hab euch auch lieber, Alter. Ach so. André. Deswegen, wenn wir mit der Pfeil so ein bisschen weiterführen wollen, ähm... Ich hab mal einen... Discord-Server. Oder auch einen TS-Server. Mit Steven. Da unterhalten wir uns dann nächste Woche mal drüber. Das richtig, die kannst du auch auf Playstation anrichten. Mit Discord. Dann müssen wir uns nicht hier über, ähm... Destiny 2. Dadurch, dass es ja plattformübergreifend ist, und wir beide über den PC zocken, und du über Playstation zockst, und wenn man denn Discord hat, ist das alles ein bisschen schneller. Ja, das ist eine Blitzattacke. Vernichte ein paar Scharbestien und schnapp dir einen Teil des Subgeists. Und überlebe, um die Geschichte weitererzählen. Na, und Dankeschön. Ja, das sollte dann nochmal zurückgehen. Ich muss die Waffen verändern. Ja. Ähm... Warte kurz. Eu, eu, eu. Was, was ich gerade gesagt hatte? Ähm... Das hat damit was zu tun, weil wir, äh, äh, ähm... Das hat was mit dem plattformübergreifenden Shit zu tun. Dadurch, dass ich auf Twitch bin, äh, hat Twitch das, äh, gesperrt. Man, man müsste jetzt über Discord. Du müsstest Discord haben, oder TS, Teamspeak, und darüber müsste man das dann laufen lassen, und dann läuft das auch, auch über, äh, Twitch. Dadurch hört man nur mich und euch nicht. Das ist von... Das... Das... Das ist, äh, ist ein Teamspeak-Server. Das... Naja, ja, wie gesagt, richte ich hier nächste Woche ein, Teamspeak, und dann machen wir nochmal neu. So, wir... Was wollen wir jetzt machen hier? Na. Na, du bist doch Gruppenlobby. Äh, halt, stopp. Genau, halt, halt, stopp. Nicht starten. Äh... Scharfstützengewehr-Bonus... Solarwoge... Strong... Äh... Wochenüberladung mit an dieses Hörladefakt, okay. Klar... Okay, 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 okay. Äh, wer spielt was? Also, Automatik-Währe habe ich mit Chang drin. Äh... Ja, nehme ich eine Sniper mit rein, oder... äh, lauter Wölfe? Okay. Was hast du, Anre? Eine Sniper, oder... Okay, also bin ich derjenige, der Scharfstütze macht. Äh, warte kurz. Äh, nee, 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 das hat einfach mit Camping nichts zu tun. Da muss man ein bisschen, ähm... Wenn man so ein... Aber dann auch hier auch... Warte kurz. Warte mal. Kleiner Penis, Alter. So. Hier ist Steven, guck mal, Alter. Ich hab da mal was geupdatet. Gierter. Gold. Das brauchen wir jetzt aber auch. Größtes... Nee, 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 nee. Nix mit... Diese Waffe ist schnell, bereit, schneller gehalten. Katschank. So. Schaffst du. Ich hab die gerade fertig gemacht. Na, irgendeiner muss einen Sniper haben, wenn ihr fürs andere bereit seid. Ähm. Also, dann nehmen wir noch den mit zu und dann dürfen wir da der eine schaffen, oder was? Ja. Dicker, soll ich hier mal mal einen Puller zeigen, oder was? Ja, hab ich mir auch ausgerüstet. So, ab geht der, Peter. Oh, Alter, mal. Oh, ich müsste mal noch pitchen, Mann. Das wär so geil. Na, wapp' mal ab, Alter, wapp' mal ab. So. Ähm. Haha. Am Arsch. Irgendeiner muss euch ja den Rücken frei halten. Was heißt hier? Mam, 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 Alter. Yo, sind wir. Ey, 20 Partikel ausgegeben. und die Sniper hochzurüsten. Für Dämmerum, Mann. Gee, Alter. Ja, na klar, Mann. Ich liebe dieses Sniper. So, meine Jungen. Oh, ich hab so viele im Schrank. Steven, der kennst du auch, Alter. Da haben wir mehr als genug. Ich wollt grad sagen. Und von André, der Schrank ist auch gut bestückt. Alter Schwede. Hätte ich nicht gedacht. Hat er mir vorhin gezeigt. Wo ich bei ihm gewesen bin. War ja nicht überrascht. Ja, auf jeden Fall. Ich bitte darum. Ja, das hat ein bisschen was mit in... Mann. Wir sehen uns nur, wenn... In Ordnung, Hüter. Das ist eine Blitzattacke. Vernichte ein paar Scharbestien und schnapp dir einen Teil des Subgeists. Und überlebe, um die Geschichte weitererzählen zu können. Ah, Alter. Du kannst mich nicht schicken. Du kannst mich nicht schicken. Du kannst mich nicht schicken. ich brauche nachkampfen lassen noch mal neu machen was gehört das bringt nix genau deswegen sage ich das ja das bringt nix das bringt nix falsches waffen setting bleibt zurück geh einfach zur seite und 76 ich würde mal sagen ich liege im kreuz feuer im kreuz feuer schickte scheiße mann pass auf da kommt wieder wir kommen ja zu euch hoch so ne snitch schön dann habe ich es kann dann immer waffen auswahl ja ich habe ich bin hinter dir wo ist der könig da ist er komm zeig dir ja das ist das gute lmg aus dem weg hallo und natürlich kommt die hexe von oben alter vorsichtig schuld schuld hau ab hau ab verpiss dich da raus du bist im hexenkessel boffel hau ab versteck dich 321 bin wieder da wieder einstieg ok ok die anderen beiden kasse wegficken dann kann ich mit meiner kann ich mit meiner sniper direkt rauf gehen er ist frei alles klar ich habe nur 1804 empfohlenes level 1830 also das ist schon mal ein ganz ganz anderer schnack danke ich habe auch nur noch zwölf schoß und dann bin ich leer was gehört boah bist du nochmal so lieb ich bin da außersehen reingefallen wie peinlich alter nur das doch fitzmann so ah komm schon und dann stellen wir uns umruf und dann sind wir unsichtbar hey lass uns auf die bahnschiene oben hoch lassen sich die leute von oben holen zurück 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 nach hinten nach hinten hier hier andere andere hier hier komm her folgt mir follow me hier schöne entdeckung komm komm her komm her komm her scheiße ist gesperrt worden ich wollte auf die brücke auf springen hast gehört und von oben schießen 5 4 3 2 ja ganz ehrlich wo ist sie denn ich habe sie bin zwar gleich wieder gestorben aber in 600 keller peinlich mann wir müssen auf die brücke oben hoch springen hast gehört guck den boss wohl an wie der abgeht der zählt alles machen was soll ich denn da bitte machen man aber waffentechnisch ist auch verkehrt gewesen ganz ehrlich ich brauche unbedingt schwere munter warte mal wir waren da ich glaube nicht dass also will ist irre die andere was soll sie war hat schlachtgesang macht ihren soldaten mut stoppe sie wieder gefallen ich hab dir einfach getroffen na 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 genau das ist der trick bei dem spüren in der warte in der uns in der 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 ich darf ich darf der lässt mich dann nicht mehr rum weiter ich bin den glitz scheiß ich werde oben auf die verbindungen rauf was gehört was gehört will heute oben auf die verbindungen glaubt wie wieder ich bin super bereit komm schon ich wollte über die bahn oben fahren das komplett alles gemottet alle geht nicht alles alles fack waren ja lass mich darauf gehen bleibt im sicheren point so bin wieder da bin da bin da bin ja war ich auch gerade für die sekunde dicker alter guck dir mal an was da abgeht also wie gesagt ich habe ich habe mein leben 40 juli gemacht und genau genau das und ja das ist krass ja ja bleib safe was gehört andere bleibt safe wir gehen von drei ecken rein weil die die ich bin dann immer das super geblockt bleibt 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 zurück bleibt zurück bleibt beide zurück haltet euch zurück die ogre ficken einen weg und nicht zusammen bleiben trent euch beide trent euch beide trent euch trent euch ja trent euch beide so ich brauche nur ich brauche nur ja ich muss nur oben 座 So, ich bin oben Was gehört? Ich bin safe Hahaha Nein Ja, Quatsch man Das einzige was kacke ist Das Monster ist leer Und das Ding Das Schallstützengewehr ist auch leer Solange ich hier oben bin Seid ihr im Leben Also schaffen wir das Scheiße Mann, ich brauche schwere Mumpa Guck dir meinen Backen an, ich bin fast super Komm Sieben, das schaffen wir Komm zu mir hier oben Lass dich in Ruhe Komm her Wo bist du hin Du bist gleich von allen Seiten beschossen Ich habe das dreimal gehabt Post André, hier oben bin ich Hier, komm Alles klar, bleibt da, bleibt da oben Bleibt da oben So Und dann machen wir von drei Ecken Ja Ja Ich kümmer mich schon nicht oben rum Und dann gehen wir von drei Seiten Will, bleibt zurück, bleibt zurück Nicht so dicht Güter gefallen Ich habe unendlich Schuss Ich habe unendlich Schuss, Alter So So, die erste Fettze Für die erste Oka haben wir weg G, Alter Ja Ja Dann komm zu mir, Alter Wie gesagt, wir können nur zusammen was ausrichten Wie gesagt, Bostel ist auch noch da Ja, wie gesagt, bleibt tot Kommst du wieder rein Wie, nicht auf Nahkampf Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber Wie gesagt, Bostel ist auch noch da Wie gesagt, wir müssen die drei, äh, die drei Typen da, äh, direkt wegficken Wie gesagt, wir müssen die drei, äh, die drei Typen da, äh, direkt wegficken Sonst kommen die immer, und immer, und immer, und immer wieder Ah, ich hab sie fast Komm schon So, ah Ich bin super bereit Bostel auch Na klar G, Alter So, jetzt wird abgefotzt, Junge Schawala, Junge Was sind wir los, Mann Hahaha Seid vorsichtig Irgendeiner muss überleben Wir dürfen nicht alle drei draufgehen Ich bin gestorben Irgendeiner muss überleben Das schaffen wir Komm schon, das schaffen wir Zwei Eins Bin wieder da Bist Boah, das ist echt, echt krass, ne? Boah, ich werd angelesert, Junge Ohohohoho Aha Hm So, für andere Leute, die mir grade auf äh, es wieder zurück residential gucken, ähm, wie gesagt, besser gesundheit, taucht nichts aber wenn man sowas hat das dämmt sich Überwachung ihr seid ja alle so ach, iPhone Sprachsteuerung per Google oder bei YouTube, Instagram, TikTok und genau dann kommt das da raus Google weiß mehr über dich als deine eigene Familie Entschuldigung Steven, kannst du mir auch mal sagen, dass wir da drei Hexen haben, Alter? Fuck Ich laufe ihn rum Ich wollte gerade sagen, kannst du mir vielleicht mal sagen, dass wir drei Hexen haben? Und einen fetten, fetten Leser, Mann? Da gab es gerade Ansprache auf Wir müssen den Leser ausschalten Oh, wir waren das im Labor unten, ne? Was will ich hab's hier auf dem Auge? Wähl ich die auch Ich bin oben Oh nein, und da kommt's Scheiße Der Solarfokus, pass auf Der Ding ist richtig böse da hinten Ich brauch noch Elf Neun Acht Sechs Fünf Vier Drei Bin wieder da Und da kommt gleich Hier da oben Genau dieses Nisch, Alter Ja, hast du den Hauptleser gesehen, Mann? Ich störe den So, LMG ist vorgeladen Komm schon Ja, Mann, Alter Geil Aber nur wegen deiner schweren Munition, die du feindlasen hast Ohohoho, geh dich nie auf Und der Leser, der Opa, Alter, hat mich richtig weggefickt Ja, Mann Bin damit aufgegangen, Mann Wartet ihr mal bitte auf mich, oder was? Aber wir werden bald einen Kriegsgeist haben Wenn jemand Xivu Arath überlisten kann, dann ist es Rasputin Rasputin Ja, die Story muss ja irgendwie weitergehen, ne? Links oder rechts? Wo seid ihr lang? Ah, links Hm Das ist ganz schön dunkel, Alter Und hier ist die Ha, 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 ha Ha, ha, ha Die lachen mich gerade aus Achso Ah, hier, Junge Hier Prinzessin, sagt er Ah, ha, 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 ha so ab geht und ich bin die enige der wiedergleichen gekommen andere hat ein lmg zurück lassen zu zusammen mit maschinengewehr erschießen er nimmt die hauptwaffe wir sind zu dritt man wenn wir zu dritt auf einen typen feuer 1000 ist schon hartes level für mich wie du besorger mit drin alter kannst du dich mal ein bisschen zurückhalten nein lassen zusammen jetzt bleiben man was gehört das ist wird echt nicht mehr lustig ich kann nicht ich kann ich kann nicht ich häng ich häng fest ich häng fest so so jetzt machen wir ein bisschen entspannt alter ich bin super bereit ich habe gleich ja brauche ich brauche ich auf jeden fall komm mit andere komm her so dann müssen wir uns aufteilen ach du scheiße ist das echt jetzt ach du scheiße hast du geöffnet hat er also tausend auf jeden fall ein paar level 1.830 und 1.807 ist schon mal ein anderer schnack ich bin aber super bereit ich konnte doch nicht mal ein schutzschild setzen obwohl er da war nein 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 weg weg halte ich raus hast gehört wir sind beide alles klar das ist die letzte hoffnung man seine so neugierig man ich bin genauso so boffel ist ja so ich bin auch da was ist denn hier alter scheiße pass auf da kommt zu euch genau der genau der ja da kommen von unten ich bin auch gleich wieder scheiß kai alter will du bist der letzte nicht sterben die kai ist echt herr wieder ausgehört das ist echt herr wie kai alter wir müssen zu dritt im team laufen hast gehört was soll chill andere chill deine schwere munition wir müssen zu dritt als team alle drei zwei eine sekunde noch ja das genau das meine genau das meine umso mehr du mit dem lng schießt umso mehr ich habe mich da gerade angewählt so ja also wieder bei null kann man 私 alles ja alles ich und ich ich hab die falschen waffen mit wirklich das lmg ist gut das lmg und ist alles mal wäre es macht halt extrem schaden wegen endbaus aber diese klein sich ja 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 da krieg ich eine kugel ab und gleich wieder rot machen ja genau das meine ich so steven bist du da was will alles klar nein von hinten pass auf von hinten ich hab das schwere lmg drin alter voll geladen man fick dich also 60 sekunden werden sieben du weißt welches lmg schon 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 hier hat er kann ich kann 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 warte 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 ganz ruhig ganz ruhig 5 4 3 2 1 jetzt nein komm schon alter ne bleib zurück bleib zurück bleib zurück bleib safe andere wir sind da ich nehme zwei mit lang alter mit den schweren maschinenbewehr kleinen herauf andere wiederbelebt eine scheiße jo nix aktivieren bitte nix aktivieren genau das genau genau das meint genau das meinte ich jetzt sollte ihr noch zeigen lassen da ne 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 die suchen nicht eine flamme der hat den rechts ich weiß wo sie genau bleibt da bleibt bleibt genau und genau da wo ich bin muss man hin ihr bleibt da was hier mit euch fixer hunger die ziehen sich alle wieder auf was gehört ihr müsst herauskommen scheiße man ja mann und hinten ist der end boss bloß die teufels klingel mit teufels klingel mit gehabt komm schon was für mich dafür brauchen wir ja die guillotine wäre nett gewesen wie kann der von hinten kommen an diese heuchler scheiße machen wir haben die falsche wir haben das falsche waffen setting andere wie gesagt ich bin auch nur tausend siebener das schon unterschied also wenn der dritte mann nicht kann kommt fehlt schon viel 24 24 punkte ist schon mal ein unterschied es gibt ein schutzschild panische mal zwei null punkte ja ist gut bleibt da bleibt da bleibt da bleibt drin wie gesagt ich bin 1807 und 1830 ist schon mal ein ganz ganz anderer schnack so scharfschlüsse gewehr ist bereit ich bin drauf ich habe ihn weg gesniped oh ja mann oh shit bin gestorben komm schon nirgends bitte pass auf innerhalb deiner kugel ist ne barriere ne plamm scheiße macht kaputt die scheiße ich kann 887 und men imgrid kommen schon atrauen 2 21 und da aber wir haben das geschafft Alter, da fehlt nur n'n Haares tiefen, Alter, komm schon, Basel, bleib zurück, 1, 2, nee, bleib zurück, nicht rankommen, halt die zurück, 10, 9, nicht rankommen, du bist der letzte Überlebende, sonst verlieren wir alles, komm schon, 3, 2, 1, bin drin, bin da, ich bin da, bitte, dann holen wir uns. Ich krieg noch nicht mal mein Schuttstück gezogen, geh hoch, geh hoch, geht hoch, ich brauche 14 Sekunden, um wieder da zu sein, jo, und, Alter, das ist doch nicht mehr normal, oder wird? Warte, äh, also der Endbau steht vor der Haustür, alles klar. So, jetzt lasst du mich sterben. Alter, das ist doch nicht mehr normal, oder was? Wir, äh, 10 Sekunden. Ne, 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 bleib da, bleib da, pass auf, der Fette kommt, der Endbau ist direkt vor der Haustür, mach keinen Scheiß, Mann, mach keinen Scheiß, wir haben ihn fast. Was ist jetzt, schnittsch, Alter. Genau, Teamplay, lass uns zusammenlaufen, zu dritt, wir müssen zu dritt. Habe ich den Kreis eingesetzt, ja, ne, habe ich aktiviert, oder habe ich aktiviert? Scheiße. Irgendeiner, brauche 10 Sekunden, ich habe die falsche Waffenauswahl. Ein Ding an, das Waffen-Setting wird ganz anders laufen, ja, äh, ärgerlich, äh, ärgerlich. So, Mann, super, stark, klar, ich will mich schmelten, das, alle, länger. Alles klar, ab geht der, ausrasten, warum die holen wir uns. Ja, gleich, dein Netzmann, ah, warum setzt ihr diesen Scheiß-Geist nicht ein? Hm, so ne Sleer-Schaller, ich krieg ein zu viel, leider. Ich hab das doch gerade aktiviert, oder bin behindert, oder was? Wozu bin ich hier hängen gelaufen? Steven, sag mal, war da da? Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig, bin da, okay. Äh, mach du links, ich mach rechts. Nein, pass auf, hinter dir. Hinter mir. Ich komm von allen Seiten. Bleib zurück, bleib zurück. 10 Sekunden. Guck, nicht übertreiben, Mann. Guck, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Guck ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. woa alter nein alter wo kommt denn der oi 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 ey da haben wir uns ja mal was ausgesucht ohne shit ich bin 1807 das ist zu viel 7 hast gehört ja wie gesagt wir schaffen das jetzt wir haben ja fast na der kann ich ja noch eine begrenzung setzen wir müssen durch den schild schießen ich krieg ein mon kill wie gesagt 1830 ist empfohlen und ich bin 1807 also ich bin hier und ja zusammen schaffen wir ja 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 genau ich brauche mehr wir brauchen mehr kugeln komm schon wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen So, ich bin gleich super bereit. Aber die wollen mich wieder wegficken, weil die mitkriegen, dass ich super bereit bin. Wo ist die fette Pfotze? Ich brauche schon, Schild. Komm schon. Güter gefallen. Nein! Ja, jedes Mal, wenn du unter der Hälfte bist, Alter, und ich mein super züttel will, mein super ist fast bereit. Wir müssen... Ich hoffe doch, euer super ist auch fast bereit. Wir müssen das super zutritt zünden und den direkt rauf. Wie gesagt, ich bin... ich brauche noch ein bisschen Geld, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Manni, ein bisschen, ein bisschen, komm schon. Nur ein bisschen, Alter. Was denn, Junge, was denn, Junge, was denn, was denn, du Fotzer, Alter? Ich bin... Komm schon, mein Platz, mein Platz, mein Platz hier. Komm! Ja! Haben wir ihn oder haben wir ihn? Scheißegal, der M-Post ist weg. das licht das licht das licht du bleibst da wo du bist ich glaube wir haben ihn guck dir das mal an kannst du dir auf tischern gucken wo die abgeht wir haben noch einen zweiten endboss also brauchen wir nochmal super alles klar wir haben noch einen zweiten endboss kriegen wir auch hin komm schon er ist fast weg was gehört der zweite boss ist fast weg den ersten ja weiß ich der sitz direkt vor der haut 7 aber so leise das ist ihre danke weg ist nebert scheiße so er ist weg ne ist er drauf nein noch nicht da fehlt immer viel bei den fetten auch wie immer kein scheiß was gehört pass auf pass auf was will du bist der letzte ich bin da 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 wo bin ich denn die hänge ach so schön da kommen wir auch nicht lang alle wand frisch ja 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 na ja da dachte ich mir auch gerade ich habe eigentlich gedacht alter ich habe zwei endbosser weggepickt mit ihm super mit ihm super was will du bist der letzte jawohl.. jawohl解釋 gu� jawohl, jawohl, geil komm galt 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 tor adまたateidel Ja, Mann, Alter, geil, 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 Jungs, geil Scheiße Von der Seite Von links kam Von links kam das Der Fette Der ist er Bleib, bleib, oh, vorsichtig, bleib da, bleib da Der ist richtig giftig, der Typ Ähm, nicht betreiben, Mann Güter gefallen Ja, genau, das meine ich Das ist ja nicht mehr normal, Alter Hm, geht mir genauso gerade Einmal kurz falsch geguckt Und der andere, komische Kasper Hängt direkt links auf mich Die schießen alle auf mich Wie, nee, nee, bleib schön da, Alter Oh, geil Du bist aber auch irre, Alter Haha, so Mir fehlt nur noch ein Stück In der Mitte überbereitet Der ist auch so Nee, ich hab nur schwere Munition Sniper angelammelt So Jetzt Ich kann den Geist nicht einsetzen Wir müssen den Geist auf diesen Pult einsetzen Wo ich gestorben bin Sonst haben wir endlos Fuck Einer so schnell Ja, dann kommt er gleich wieder, haut mich Boss, bleib weg Bleib weg, bleib weg Wir müssen den Geist Genau an diesen Mischpult einsetzen So, ich bin da Hey, mit super, ging das gerade, wa? Ah, der kriegt einen Monshot Monshot Macht ruhig, macht ruhig, macht ruhig Macht ruhig Lass uns mal Lass uns mal nach oben gehen Lass uns mal nach oben gehen Die sollen sich mal ein bisschen beruhigen Das ist wie in Hamburg, wenn die Leute ausrasten André, komm mal hoch hier Komm mal hoch hier Genau Ja, genau sieht's aus Wir müssen das Terminal scharf schalten Was da pingt Da muss der Geist André Da muss der Geist eingesetzt werden So Ja, richtig Also sind wir jetzt ganz, ganz intelligent Und, ähm Ein Jäger wäre schön, der sich unsichtbar Der sich unsichtbar machen kann Ja, zu dritt Genau Er ist drauf, er ist drauf Haut ab Irgendeiner muss überleben Der Greist lebt Der Greist ist drauf Boss will, hau ab Nein Doch Boah, das geht ja gleich los Merken die sich noch Oder was Oh Was haben du es ja Was hast du für eine Idee Los, ihr könnt die Säge 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 aktiviert den scheiß aktiviert den scheiß machen er leuchtet auch andere scheiß drauf einen kreis einsetzen genau das terminal darum geht doch die ganze zeit so jetzt terminal aktiviert das habe ich auch schwer ach du hast mehrere aufgaben alles klar ich bin ja da wo ihr seid aber ich habe die armen leute hier bei mir als cool und schatten zudem was aktiviert wir müssen jetzt nur noch töten und sind wir durch ich brauche aber 15 sekunden 11 10 9 7 6 3 2 oh gott könnt ihr mir da vielleicht mal sagen dass ich der letzte hüter bin man so lange brauche redet kann irgendjemand mit mir reden alter ja aber wann seid ihr wieder da ich bin vielleicht mal ich bin da gefallen wir haben fast geschafft man kommt schon ganz ehrlich das ist zum scheitern verurteilt es hat also ich bin super bereit gleich so sammelt ein und macht einen super voll und jetzt haben wir uns auf jede jeder auf eine ecke ich bleibe hier hinten es gibt noch mal schwere mumpe ja wie gesagt ich hätte genau das und jetzt nur so lange warten bis er da aktiviert ist also 1700 und nicht der wird 1030 jungs hat das schämtchen lobby macht ihr bei euch weiter ich bin wieder da ich hätte die guillotine mit ich wollte sagen und die bühne lasst uns das abbrechen 7 das macht keinen sinn wir müssen ausjahr nicht stundenlang quälen was ich meine geht nicht geht nicht wie gesagt 1830 guck dir meinen lichtlevel an ich bin nicht so weit wie hier ich bin 1000 1807 da fehlt sehr 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 viel schmack auf von kill ja von kill ein schuss weg tausende 7 alter ich bin 1800 1807 bin ich und nicht 1830 ich kann zwar mit der waffe wissen was machen kann ich mir was kann ich denn mal ein bisschen was ausrichten aber auch schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon weitergefallen fangen wir auch nicht hast gehört lass abbrechen wie gesagt ich muss mit der hardcore patrone schießen man ja brech breche ab das macht keinen sinn das macht wirklich keinen sinn vor allem wir haben noch nicht mal den endbus auf dem schirm den würden wir auch nicht kriegen was gehört wie gesagt also 1824 andere ist ein anderes level als meins oder wie bei dir will da fehlen wir 20 level und man braucht einen dritten mann das ist ein anderer schnack also da müssen wir uns nicht da brauchen wir uns nicht quälen dann lass uns mal ein bisschen hexenkessel machen auf den mond mehr auf dem mond jörg jörg er hat er hat die die gleiche lobby wie eben gerade ja dann werde ich waffentechnische verändern was hat das gerade übelst bereut dass ich mal einen sonderobor wenn ich mit hab was ist das denn das kommt doch schon besser der gesundheitsschotgang genau wenn wir dann haben wir dürfen wir noch warte nicht wir haben nicht viel gekriegt oder carpet Lion Girl aber abreden hier das Ja, kann man machen. Ich bin zum Trumpen. Okay, okay. Navigator öffnen. Erstmal, ähm, steht hier, ich soll mich mit der Tante vom Mond unterhalten. Mit ihr... Mit ihres... Was will die? Du hörst nicht immer so rassistisch sein. Hahahaha. 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 Äh... Mythe und Jäger. Kontaktiere Iris. Ach, deswegen. Das hat was mit der Tante zu tun. Dann machen wir die Helm-Aktion. Wird erfordert, der sind jetzt bald... Hahahaha. Ähm, ich geb das Kommando wieder zurück. Alter, ich hab alle die Erzählpässe, ne? Aber die wollen immer noch Geld dafür. Die Nutten. Äh, Destiny spielen wir. Wir sind ja auch ein bisschen älter. Bin ja auch auf Twitch. Aber Fortnite, äh... Drei mal das zu raten, weil die... Weil die Kids in der Schule machen. Die zocken Fortnite mit dem PS5-Controller übers Handy. Mitten im Unterricht. Ja, du... Du hast zwei Jungs, die sind im Deiner, ne? Also... Ja, das ist besser wie Geld drucken. Aber wir bezahlen 35 Films gegen bei Destiny, ne? Hahahaha. Nein, äh... Ich versteh... Kann kein Lade, ne? Kann keine Ladeauert sind. Ja, ist auch so. So, wir machen jetzt ein bisschen Hafen versorgen. Können wir ein bisschen... ausrasten. Ey, zeig mal dein bestes Fahrzeug, mein Junge. Das ist auch wieder nett, ne? Voll die Deibel, Alter. So. Dann machen wir das doch mal. Äh, jetzt nehme ich aber auf jeden Fall die Guillotine. Zack. Solarrevolver und den... Petri Hell. Also der... Spielen läuft schon seit zweieinhalb Stunden. Oh geil, ja man. Weißt du wie das hier funktioniert, Andre? Hast du das schon geschafft? Hä? Ich wollte kurz sagen, ey. Ja, lass uns die Welt nochmal durchmachen und dann... Gibt es vielleicht noch ein bisschen Loot. Und dann stützen wir die Jungs hier mal weiter. Zu dritt. Ja. 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 Ja, ich seh schon. Und pass auf die Läufe auf Ich würde ja mal zu sagen, gut getimed, ne? Und, klappt das? Ne. Ja, es klappt! Weg ist die Kiste! Hahaha! So, und jetzt soll's richtig Loot geben. Ach, scheiße. Ach ja, Abil. Wegen den Dungeon hier, ne? Hat, äh, hat Bossville das DRC? Ich nicht. Für den, äh, na, wie heißt der Kack? Warte. Äh, Zielante. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Wo ist das? Der Mund. Und, äh, grube der Ketzerei. Der Dungeon. Hm? Er hat beide Sachen. Habt ihr euch eigentlich ge-edit mal, oder was? Nein, mir fehlen auch noch einige Sachen. Gerade, äh, mit den Dungeons hier, mit den Dragons. Und, äh, mit dem? Ehh, mit den Hörbre. Und, äh, mit den Hörbre. Die Hörbre. Und, äh, mit den Hörbre. Und, äh, mit den Hörbre. Verfolgt den Walchen. Ah. Ey. Juhu. Äh, Obera. Ah, ich komm zu euch. So, das passiert, wenn man... Könnt ihr mir mal was überlassen, Mann? Ja, wir haben nachher noch sieben Hexen, ne? Also müssen wir es dann aufteilen. Ah, ich hab die Ecke, wir können doch übernommen. Ehe, und da. So, ich hab die Ecke, ich kann doch auf alle anderen... Deine Perfine ist ja schon mal. Der Pläne ist ja schon mal. Ich hab die Flüge gehockt. Aber ich bin immer so frei, ne? Hier wird alles zugeballert, Junge, ne? Ich bin zu halb, Mann. Komm immer noch raus, Junge. Also der Revolver fühlt sich... Naja, das sag ich jetzt nicht auf Twitch. Naja, komm, das müssen wir schaffen. 4, 3, 2... Oh, komm schon! Alles? Ah, nicht ganz. Ah, das ist doch. Stücke 3 von 6, da haben wir noch einiges vor uns, Mann. Hallo! Junge! Ok, mir noch einmal, ne? Und ich block hier dich, Mann. Warte, ich versuch die zu holen. Achso, jetzt Hexen, 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 Hexen. Komm schon, gib ein Schwerf, gib ein Schwerf, gib ein Schwerf, gib ein Schwerter. Jetzt hab ich halt schon so voll, Alter. Ey, echt, Mann. Kann man ja auch alleine machen. Kann man ja auch alleine machen. Da! Da hinten! Wir müssen auf jeden Fall die sieben Hexen... Oh, wir haben noch drei Sekunden Zeit, Mann. Scheiße, denn ist alles... Ver... Verkackt. Wir haben doch noch zwei... Mann, klar. Ken Mann. Untertitelung. BR 2018 Da, da ist die Hexen. Schwere Munition, wir brauchen das Schwert. Genau, genau, genau das Schwert brauchen wir. Ja, Mann. Da sind die anderen Hexen. Ja, Mann. Lass uns hier ablenken. Nur die Hexen holen. Hallo. Genau, Will. Genau, Will. Will? Will? Lass uns zusammenlaufen. Ich hab'n Sonderrevolver. Mach' dir Schussschild weg. Zwei Kugeln. Bin hinter dir. Beschütze. Hol' dir die Schwerte. Mach' die Hexe frei. Ich hab'n Sonderrevolver. Unendlich Schuss, Baby. So, nächste Hexe. Hol' dir das Schwert. Zwei Schuss aufgeladen. Genau. Zack und weg. Nächste Hexe. Wo ist er? Alles klar, ist er. Wo ist er denn? Ach, da. Warte, ich komm' zu dir. Was, weil ich bin nur unterwegs. Aber? Habt ihr? Oder? Nee, alles klar, händen sie. Ohhhh! Nein! Kommt schon. Muss ich das Hexe machen? Ossi, da kommt sie doch. Ach, Ora! Na ja, alles gut. Haben wir, haben wir, haben wir safe. Scheiße, da hinten. Fuck. Äh. Alter, von, wo kommen die? Ein Oga, alter. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Der gehört mir. Hallo. Was ist vorhin los, Alter? Komm, lass' ihn. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Ja, mach! Mach! Ich ben, ich bin.. Ja, Mann! Jaja, jawoll, ja! Hahaha! Ha ha ha! So, drauf an... Eeeh, andere Seite! Andere Seite! Andere Seite! So, jetzt kommen die Hexen. Jeder muss sich um eine Hexe kümmern. Ich hab das schnellste Mobil, ich hol mir die von außen. So, weg! Na ja, ich brauch ein Schwert, Mann. Steven, wir müssen wieder... Wir, wir müssen wieder zusammenarbeiten. Nimmst du das Relikt? Alles klar. Ja. Aber du musst angreifen. Perfekt, dann kann ich nämlich mit meinen Solarrober... ...hamstern. So. Ja, wir... ...wir sind auch bei, mein Junge. Wir haben noch ein paar mehr, Alter. Dicke, ey. Ich hab mich ja gefangen. Ja. Krieg ich einen One-Kill, Mann? Danke. Danke, Junge. Aus die Rufe. Entschuldigung für den Ausdruck, Jungs. Gegenüber Frauen hat man Respekt. Alter, wir haben vier... Jo, alles klar. Wir sind auch da, für dich, Mann. Oh, exotisches Instagram, Alter. Danke, Jungs. So, nächste Hexe. Komm. Drei haben wir noch. Alter, da sind keine Hexen mehr, das ist ja Opa-Action, oder was? Ne, 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 du hast dich da nicht reinzuziehen, Mann. Fick dich. Fick, 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 Fick ich hab super ich bin bereit komm schon sechs von sechs von acht hexen die kommt da nicht rein alle die kommt da nicht rein man die kommt hier nicht rein ja man so eine hexe fehlt noch wo ist sie da oben das ist ein ogre wir müssen mal super ist er den urgang müssen wir zu tritt holen dann sind wir durch und er kommt runtergesprungen der darf nicht da rein jawohl haben wir oder aber schön so ab in die goldene mitte jetzt kommt der endboss will bist du da andre ok hier aus der kugel alles klar das sind jetzt schützlaufen kommt zu mir so immun und passt auf jetzt kommen so eine kleine so eine kleinen ekelhaften effektions zwei mann nach links zwei mann nach rechts oder ohne scheiß kommt schon jungs left and right und die hexen sind ganz ganz tätig und die hexen sind ganz ganz tätig hier Partikel einsammeln gönnt euch mal ein paar Pfärs Das war's. Das war's. Das war's. Das hat Spaß gemacht, würde ich sagen. Das war's. 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 Das. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das. Das war's. 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 Man, Grimm geregelt, alle. Hallo. Hallo. Also, jetzt wollen wir ein bisschen unterstützen. Ähm, ihr braucht mich nicht wiederbeleben. Scheiße, Hausmann. Man, ey. Ich würde immer ein bisschen Zeit haben für meine Mutter oder was auch, leider. Ich würde mich nicht wiederholen. Ich würde mich nicht wiederholen. Ich würde mich nicht wiederholen. Äh, Andre, Steven? Ich bin raus. Ich muss mit meiner Mutter telefonieren, irgendwann nicht besser. Tüter gefallen. So, ich habe Zeit. Jetzt kannst du mich anrufen. Wegen Video-Tüter. Wegen Video-Tüter. Wegen Video-Tüter. Nee, Schwester jetzt. Ich hoffe doch, dass alles gut ist. Nichts ist gut, sich Hose ist wieder stärker denn hier. Ich wollte gerade sagen, ich kriege das gerade mit. Ich bin auf Twitch-Live, Alter. Ja, so, äh, habt ihr mitgekriegt. Familie ist Familie, ähm, wichtig ist es wichtig. So, ihr dürft alles essen, aber nicht alles wissen. Wie sagt man, die beste, wie sagt man, die Gäste, die beste Krankheit taucht nix. Und wer der Meinung ist, der hart im Leben ist, ne, der muss sich mal mit meinen Jungs hier unterhalten. Mit Bossel und mit anderen Leuten. Das sind zum Beispiel so ne Jungs, die, genau. Wir sind ein... Ach. Schwester hat Rückfall ausgehört, André. Mit der MS. Ich liegt gerade im Krankenhaus am Beatmungsgerät. Wie gesagt... Und dazu meine Krankheit, ey. Schönen Dank auch, ey. Wie gesagt, ähm... Ich bret das hier erstmal... ... ... ... ...